Logbuch, Eintrag, 400, 200, Millionen. Wir sind immer noch hier, weil das ist immer noch gleich. Hallo liebe Leute, hallo Chris. Hallo Negro, ich bin auch wieder da. Ich grüße euch, meine Freundin, der weiß ich auch nicht, was ihr für Freunde seid. Aber jedenfalls guckt ihr uns hier immer fleißig zu, wenn wir hier weiter Quatsch machen. Ich weiß auch nicht, was ihr für Freunde seid. Was ist denn das für ein Scheiß? Also hör doch mal auf. Was soll ich denn sagen? Was ist denn das hier überhaupt? Das ist ja Asso. Ja, liebe Leute, es ist schön, dass ihr wieder hier seid. Wir sind auch noch hier. Wir wissen allerdings nicht, was wir machen. Also ich weiß nicht, was der Negro macht. Der war wie der Messer, hat scheiß Siegel geholt. Wir haben keine Kohle mehr. Ey, Negro, was geht? Alles klar? Ey, Pinnarsch! Ich brauche Kohle. Ja, wir haben keine mehr. Glaube ich. Nee, haben wir auch nicht. Nee, das ist alles für den Sack. Ich muss nämlich wieder runter unter Tage, um irgendwie Kohle zu besorgen. Okay, das finde ich gut. Pass auf, wir machen folgenden Deal. Du gehst Kohle organisieren. Ich habe einfach keine Spitzhacken mehr. Ach, dann brauche ich doch eine. Eisen haben wir jetzt wieder. Eisen haben wir brauchen nicht so ein bisschen. Auch hier ist ja noch ein bisschen Kohle drin. Warte mal, das ist ja wunderbar. Ich brauche erstmal ein paar Spitzhacken, irgendwie so drei, vier Stück. Und dann muss ich mich leider wieder unter Tage verdrücken, weil wir brauchen eigentlich wieder alles eigentlich. Ach, das ist auch echt dieses Gefahr, das ist doch alles. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Ja, was soll ich denn machen? Das geht ja nun mal eben nicht anders. Das muss man halt eben machen. Ja, ich kann es doch auch nicht ändern. Was soll ich denn machen? Ja, ja, ey, was soll ich denn machen, meine Güte? Ich bin doch hier kein, ähm, äh, Änderer. Was bist du? Kackvogel bist du. Das kann ich dir sagen. Du bist ein Kackvogel. Du kannst mal ein bisschen Sand holen. Ach. Wenn du deinen komischen Mülleimer da oben mal wieder richtig machst. Der sieht ja mal richtig scheiße aus. Du siehst scheiße aus, du Penner. Schnauze. Ähm. Ah! Ah, lass mich. Ah! Ah! Gott, das will, ey. Sind wir schon wieder komplett besoffen hier eigentlich alle? Noch nie in Ruhe. Ich habe schon wieder irgendwo ein Zombie, Alter. Hoffentlich frisst er dich auf. Ja, ja. Ich habe dich auch vermisst. Ähm. Ach, liebe Freunde. Was wollte ich denn? Scheiße, ich muss noch ein Schwert machen, ey. Pass auf, genau. Du holst jetzt erstmal Kohle. Ich kümmere mich hier um diese Nesastiegel. Ich habe hier nämlich eine ganze Menge... Ich weiß auch gar nicht, was... Wir brauchen ja auch Sand. Wenn wir jetzt bei den Wolken oben sind. Ja, deswegen sage ich ja, du sollst Sand holen. Hörst du mir nicht zu, oder was? Nee, möglichst nicht. Weil ich, äh, hä? Möglichst höre ich dir nicht zu. Ja, das ist schon wieder echt. Ich habe echt schon wieder auch... Nein, was mache ich denn da? Stopp. Ja, was machst du denn da? Ähm. So. Was ich mache, ich gehe jetzt wieder fahren. Das war auch gar nicht meine... Über... Überhaupt gar... Gar keinen Spock. Ach so. Und dann habe ich nämlich ein Ei hier. Ich wollte noch eine Dings bauen. Ja, genau, 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 genau. Wir wollten ein Gehege bauen. Hier ist auch noch irgendwo ein Ei. Aber es kann natürlich sein, dass da jetzt kein Huhn rauskommt. Nee, das kann sein. Äh, Gehege. Und wenn da kein Huhn rauskommt, musst du natürlich, äh, noch eins reinwerfen. So lange, bis dann endlich mal ein Hühnchen da rauskommt. Eichen, Eichenholzzaun habe ich hier. Ja, aber machen wir nicht so ein kleines Gehege, bitte. Da müssen dann auch viele Hühner drin sein. Also wir müssen ja eh Hühner haben, irgendwie, damit wir Pfeile machen können. Pfeile, 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 Pfeile. Also warte mal, ich brauche hier auch, äh, Stock und Stein. Stock und Stein, wie viel brauchen wir denn hier? So. Wovon denn jetzt? Ach, das reicht erstmal. Mach ich so eine Tür. Wovon denn jetzt? Von, äh, hier. Ach so, ja, mach erstmal ein bisschen. Holz haben wir ja genug, das ist ja egal. Naja. Äh, wo soll ich das denn hinmachen? Ja, such dir doch einen Platz aus, wenn ich hier der Architekt oder was. Ja, du kommst aber dann wieder an, ey, das ist doch da gar nicht hin, ey. Da wollte ich eigentlich einen, äh, Dessauder bauen oder einen Stripclub. Äh. Alter, das, ein Stripclub wäre geil. Boah, wir müssen aus Redstone irgendwie sowas wie eine Drehscheibe bauen. Ja, geil, das ist eigentlich, ja. Und dann, dann sag ich mal so, dann geht das richtig steil, ey. Das geht richtig steil. Ja, das sag ich euch. Ach, was ist denn hier noch? Ja, das ist irgendwie alles behindert hier. Ich würde sagen, das machen wir zu, zu der anderen Farm auch hier, ne? Zu welcher anderen Farm? Ja, wo die Schweine sind, daneben hauen wir die, die Hühner. Ja, von meiner Wege schon. Ja, das andere macht ja keinen Sinn. Ich mache jetzt erstmal diese komische Wand, die du hier gebaut hast, weg. Was? Gut, okay. So, ich bin ja hier weiter am... Haben wir eigentlich noch Eisen? Natürlich. Ja, wir haben noch ein bisschen Eisen. Ich brauche eine Schaufel und eine Spitzhacke. Ja, du brauchst eine Schaufel und eine Spitzhacke. Ich weiß gar nicht, was ich hier schon wieder mache, ey. Ich war hier doch schon. Wobei, eine Schaufel mache ich eine Steinschaufel. Ich mache mal eine Steinschaufel und eine... Für Sand, oder was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich tatsächlich eine Steinspitzhacke gemacht. Das macht doch gar keinen Sinn. Na gut, die kannst du... Die ist ja schnell weg, dann. Für Sand mache ich... Ne, für Sand nicht für hier draußen. Steinschaufel. Ach, komm. Warum habe ich denn eigentlich keine Schaufel mitgenommen? Er ist doch dämlich. Hier, ich buddle mit meiner Möhre, ey. Ich habe jetzt meine Spitzhacke nicht kaputt. Ich buddle mit meiner Möhre, ey. Ey, das hat... Das habe ich schon ganz andere gesagt. Ich wollte gerade sagen, das hat John Claude Van Damme auch schon mal gesagt. Was wollte ich denn? Ich... Ja, ich weiß mal nicht. Ich habe hier schon wieder... Finde mir ja nicht, ey. Irgendwie hier schon wieder diese... Beklopter, wahnsinniger... Finde ein Scheiß, ey. Wie viel... Wie viel... Hast du denn jetzt schon? Wie viel habe ich was? Steine? Oder was? Ne, hier, äh... Du weißt schon. Was redest du, Junge? Wie ist das offen oder... Mensch, ich bin nicht... Lass mich doch erst mal machen hier. Ich weiß ganz genau, dass ich kein Multitasking kann hier. Ja, das stimmt allerdings. Wie viel Kohle du jetzt schon hast? Und wie viel Eisen? Gar nichts. Was machst du denn die ganze Zeit, sag mal? Ja, ich hänge hier ein bisschen rum und da kann ich vielleicht frei hier. Ich laufe meinen ganzen... Ich laufe meinen ganzen Weg einfach lang. Oh gut, check das wieder. Aber es ist helliger Tag und ich höre hier irgendwelche Zombies. Die sind doch auch völlig besoffen oder was? Nein, das sind wahrscheinlich die Zombies, die unter dir sind. Unter mir? Ist hier gar nichts. Aber ich höre auch nicht schon wieder. Dann können die aber auch unter mir bleiben, diese Penner. Jetzt habe ich mich zum Kohle gefangen. Ja, immerhin. Das hast du gut gemacht. Das hast du kein Zeug gemacht. Geh du mal lieber schön in den Messer und hol mal was. Ne, ich mache gar nichts. Ich mache jetzt erstmal hier draußen den Zaun und haue jetzt hier gleich das Ei rein, dass wir ein paar Küken an den Start kriegen. Hier, Hühner. Obwohl dieses Gegacker von den Hühnern habe ich in anderen Let's Plays schon gesehen. Das geht mir ziemlich schnell auf den Sack. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, aber dann mach das doch woanders hin. Wo ist denn da das Problem? Jetzt habe ich aber das alles noch freigeräumt. Ja, du machst doch hin das Haus. Doch scheißegal, Schlachten tun wir so eh alle. Naja, eben. Ich mache das jetzt erstmal hier hin. Naja, aber wenn es nervt? Ja, noch nervt es nicht. Ja. Die haben doch bestimmt auch irgendwie einen Mute-Knopf, die Dinger. Die Hühner oder was? Die Hühnersse. Wenn das alle Hühner mal hätten, so einen Mute-Knopf. Ah, das wäre geil. Ich brauche... Jetzt fangen wir bloß nicht an zu singen, nur. Ne, ne, das meine ich nicht. Das habe ich mir abgewöhnt, seitdem ich hier beleidigt wurde. Aber ich weiß nicht, wie soll ich kommen. Wer leide ich dich denn? Ja, die... 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 Ja, liebe Leute, guck euch das an. Ich meine, steinig, 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 ne, stone, 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 redstone. Hier ist das voll ganz dringend. Dann können wir die Hühnerfarm beleuchten. Das ist auch geil. Ja, machen wir ein paar schöne Glowstone-Lampen dahin, und dann können sich die Hühner freuen hier. Ja. Und so an der Stange tanzen die Hühner. Um Gottes Willen. Sag mal, ich habe doch diese Pflasterstein-Kacke hier. Zack. Ne, das ist ja der falsche Stein. Leck mich doch am Arsch. Was machst du denn da? Alter, das Gegrunzel von den Schnurppel... Das Schwein geht mir ja auch schon auf den Sack. Das geht doch alles nicht. Das geht doch alles nicht gut. Wir brauchen aber auch noch Kühe. Ja, jetzt warte doch erstmal. Mal eins nach dem anderen, ja? Wir können hier nicht alles gleichzeitig machen. Doch, können wir schon. Aber ich nicht. Machen wir aber nicht. Du bist ja auch nicht multitaskingfähig. Ne, das ist klar. Das stimmt. Das ist auch nichts Neues. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Sag mal, ich bin da völlig bezogen. Achso, Steine. Ich brauche Stein. Und zwar brauche ich... Ja, brauche Steine. Ah, Labe! Direkt, direkt drüber, Labe! Wo kommt die denn schon wieder? Da müssen wir unseren Mülleimer nochmal wegmachen. Hier kann man übrigens unseren Mülleimer sehen. Da oben. Der ist ein bisschen klein. Das muss nochmal ein bisschen geändert werden, weil so... Ah, Labe! Was schreist du denn da rum? Ja, hier ist Labe. Ich muss mir das nicht vorgetragen. Was wollte ich die machen? Ich wollte... Wenn da Labe ist, ist ja gar nicht ganz so schlecht. Gehen wir hier mal hoch. So. Aha. Jetzt pass mal auf hier, wie ich das mache. Aha. Die Schweine nicht gleich aufhören zu grunzen, werden sie geschlachtet. Und zwar alle. Nein, nicht alle Edgas töten. Ja, dann sollen sie aufhören, mich zu nerven, Chris. Und außerdem, jetzt habe ich eins zu wenig, oder was? Achso, nee, warte mal. Ich muss ja sowieso noch eins hier abbauen. Buff. Buff. Ich gebe mir mal so eine Fackel her, hier. Zack. Warum habe ich eigentlich keine Schaufel mitgenommen? Was haben wir? Ich weiß nicht, die ganze Zeit, warum habe ich keine Schaufel mitgenommen? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Was muss ich da jetzt machen? Einfach mal die Schnauze halten. Ich will ja schon einiges helfen. Alter, jetzt schmeiße ich hier wieder alles weg, ey. Ich bin fertig. Ja, wahrscheinlich würde der Chris jetzt sagen, er ist ja viel zu klein. Aber Hühner sind ja auch klein. Was ist denn hier, was? Die Schlucht mit Lava und Wasser, das sieht ja auch fast aus. Oh. Wir können hier erst mal ein bisschen Kuggeber gehen. Was ist das hier da? Wir haben hier nicht hier die Läuze hier. So. Hätte ich jetzt ein Diamantspilzacker wäre, könnte ich Obsidian abgauen. Ja. Brauchen wir zwar nicht, aber... Und hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gekriegt. Was ist denn das für ein... Ist das jetzt ein Lekdomenzen-Sprichwort oder was? So, ich werfe das jetzt hier einfach rein. Zack. Da ist kein Huhn rausgeschifft. Alles klar, alles umsonst. Ich baue wieder alles ab. Ja, wir haben noch ein Ei irgendwo, ne? Wir haben noch ein Ei? Ja, in irgendeiner Kiste ist ein Ei. In der Crack-Kiste. In der Crack-Kiste. Ah, da ist noch ein Ei. Alles klar. Vielleicht, aber auch nicht. Warst du schon geworfen? Ne. Mach ich aber jetzt. Ja, ne. Nix. Okay. Auch nicht? Ne. Ich schmeiß jetzt hier noch ein Stück gekochtes Schweinefleisch hin. Vielleicht funktioniert das. Obwohl das despawnt wahrscheinlich irgendwann, ne? Das bleibt da nicht drin. So. Also, das war, äh... Ah, wenig erfolgreich. Aber ich glaube, der Chris bringt ein paar Diamanten mit. Der ist schon da, äh... On fire. Als Vorsorge, wenn ich ihn ein bisschen... Eben mitbringen, Alter. Ja. Liebe Freunde, die Folge ist schon wieder vorbei. Ist das nicht fürchterlich? Das geht so schnell. Das geht so schnell. Äh, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, was wir, äh... Was der Nekro morgen macht. Der Nekro wird nämlich zusehen, dass dieser geile Turm da draußen... Äh... Äh... Alter, Chris, ich bin so fertig, ey. Ist aber... Das wissen sowieso alle... Äh... In diesem Sinne. Gute Nacht. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Also, ich bin so fertig. Das kannst du ja alles nicht gebrauchen. Ja. 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 Nee. Ja. 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 Ja.